Herzlich willkommen zum nächsten Teil vom Layer 3 Internet oder IP, wenn Sie so wollen, oder Netzwerkschicht. Und wir haben ja beim letzten Mal aufgehört mit dem Dijkstra-Algorithmus, haben den ausführlich durchgesprochen. Und der Dijkstra ist ein Beispiel eines Link-State-Routing-Algorithmus. Also das ist eine ganze Klasse von Algorithmen. Dijkstra ist dann ziemlich guter und oft verwendeter. Es gibt auch andere, die dasselbe machen, möchte ich mal sagen. Aber es reicht, wenn Sie an der Stelle erstmal mit dem Dijkstra anfangen. Später, wenn Sie dann eigene Router bauen werden oder wollen, dann können Sie sich ja auch mal andere Algorithmen anschauen. Was macht denn der Dijkstra? Naja, der sorgt ja erstmal für eine lokale Lösung. Also was ich aus dem Dijkstra rauskriege, ist ja erstmal der kürzeste Pfad von einem bestimmten Host im Netz. Den haben wir Startknoten genannt. Zu allen anderen Hosts in diesem Netz. Oder in diesem Graphen auch gerne. Der Graph als Modell eines Netzes. Und damit haben wir ja noch keine globale Sicht. Damit weiß ich ja noch nichts über alle Hosts und über alle möglichen Verbindungen. Also damit kenne ich ja den Gesamtgraph noch nicht. Und was der Dijkstra jetzt macht, ist natürlich, der kennt jetzt erstmal nur seine direkte Nachbarschaft. Also der sorgt dafür, dass nur die direkte Nachbarschaft bekannt ist. Ja, also ausgehend von einem Host sozusagen, also dessen Nachbarschaft bekannt ist. Und um jetzt diese globale Sicht zu haben, muss ich natürlich diese Nachbarschaftsinformation, die aus dem Dijkstra rauskommt, an alle Knoten in diesem Netz verteilen. Und das ist die Idee des Link-State-Routings, also dieser Klasse des Routings, für die, wie gesagt, Dijkstra beispielsweise verwendet wird. Hier steht es nochmal, möglichst wenig Informationen, also zum Beispiel Nachbarschaftsinformationen, über große Distanzen verteilen. Das muss hier passieren, ja. Jetzt kann man sich überlegen, was ist für mein Netz besser, ne. Viel Informationen, äh, Entschuldigung, wenig Informationen über große Distanzen zu verteilen oder genau das Umgedrehte, also viel Informationen über kleine Distanzen verteilen. Also zum Beispiel viel Informationen in der Nachbarschaft halten. Das hängt davon ab, mit welchem Netz man rechnet, ne. Ja, also Sie werden da vielleicht, ähm, mit einem Backbone, also wenn Sie so ein Carrier sind und wirklich große Internet-Backbones und vielleicht, ähm, ja, Transatlantik-Leitungen oder, oder Unterseekabel verwalten, dann kommen Sie mit diesem Link-State-Routing vielleicht gut zurecht, ja. Dann haben Sie ja auch, ähm, gut Bandbreite zur Verfügung und haben große Distanzen sowieso in Ihrem Netz. Wenn Sie jetzt aber ein, ähm, jemand sind, der vielleicht so ein, so ein Metronetz aufbaut und vielleicht ein Sensornetz, also das sind so viele kleine, ähm, ja, im Prinzip eingebettete Systeme, ja. Also so kleine Raspberry Pis oder sowas in der Art oder vielleicht noch kleiner, vielleicht kleine Arduino's und Sie wollen daraus ein großes Netz bauen, was Ihnen zum Beispiel Parkplätze verwaltet oder, ähm, Verkehrslogistik macht, also sprich, ähm, irgendwelche Verkehrsbeobachtungen erledigt, ja. Dann ist das vielleicht geschickter, ähm, Informationen eher in der Nachbarschaft zu halten, ja. Und dann müssen Sie eben viel Informationen in der Nachbarschaft austauschen. Und um das machen zu können, gibt es einen anderen Ansatz fürs Routing. Das ist das sogenannte Distance-Vector-Routing. Und das möchte ich jetzt kurz einführen. Wir werden den Algorithmus jetzt nicht im Detail durchspielen. Und genau, das ist genau das Gegenteil, ähm, sozusagen vom, vom Link-State-Routing. Ähm, viel Informationen über kurze Distanz. Also ich weiß relativ viel, halte das aber zum Beispiel in meiner Nachbarschaft. Ja, und hier steht es nochmal ein bisschen ausführlicher. Also alles, was ein Knoten aktuell weiß oder glaubt zu wissen, ähm, über das gesamte Netz, nicht nur über seine Nachbarschaft, wird aber nur an die direkten Nachbarn weitergegeben. Ja, Sie merken genau, das ist der Antagonist, ne. Ja, also das ist genau das Gegenteil zum, zum, zum Distance-Vector-Verfahren. Da kannten wir nur unsere Nachbarschaft und haben das über das gesamte Netz verteilt, mithilfe eines Routing-Protokolls. Hier versuchen wir zumindest das Gesamtnetz zu kennen, verteilen das aber nur in unsere Nachbarn. Ja, ähm, die Info ist dann natürlich in der Routing-Tabelle drin. Ähm, ähm, und, äh, das kann man dann auch als Distance-Vector ausdrücken, daher kommt der Name. Im Distance-Vector würden dann nur eben die Routing-Kosten stehen. Ja, das Verfahren wurde von Bellman und Ford, ähm, in den 50ern, ähm, vor, vorgestellt. Es gibt auch einen Algorithmus, den Bellman-Ford-Algorithmus, der dann eben so der Counterpart oder, ja, im Prinzip der Antagonist zum Dijkstra ist, wenn Sie so möchten. Und da gibt es auch wieder eine ganze Klasse von Algorithmen, mit denen Sie das machen können, ne? Also das ist nur ein Beispiel hier, aber der Bellman-Ford ist da ein ganz üblicher Algorithmus, der das macht. Haken Sie das ab, haben Sie es mal gehört, ähm, wissen Sie, dass die Welt eben nicht an der Stelle aus Dijkstra besteht. Das ist, das ist mir wichtig, ja? Also da gibt es, äh, wie so oft, viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Ja, ähm, wie funktioniert es so im Großen und Ganzen? Also mal ganz, ähm, vereinfacht gesagt, also sobald eine Routing-Tabelle, also dieser Distanzvektor, von einem Nachbar empfangen wurde, ähm, vergleicht der Host, ähm, ob das jetzt gute Nachrichten sind, also ob eine kürzere, ähm, Route da drin steht oder nicht. Ähm, und wenn die, eine kürzere Route da drin steht, dann wird das natürlich lokal ersetzt, ja? Also so, dass der Host versucht, lokal immer die besten Routen zu erhalten. Ja, und wichtig ist natürlich, dass die Kosten zu den direkten Nachbarn bekannt sind, aber das ist jetzt eine Annahme, die uns nicht wirklich wehtut, ne? Weil ich ja mit den direkten Nachbarn sowieso verbunden bin und das im Prinzip messen, direkt messen kann. Ja, also wie gesagt, in der Praxis sind das die Distanzvektoren, die dann ausgetauscht werden, also im Prinzip die Kostenmetriken. Ja, das ist jetzt mal ein anderes Verfahren. So, wie baut man daraus jetzt ein Internet? Also ich habe Ihnen ja jetzt zwei Möglichkeiten erklärt, eine davon etwas tiefgehender, wie man Routing macht. Routing ist aber noch nicht das Internet, ne? Das reicht noch nicht. Also wir brauchen noch eine Adressierung und wir brauchen auch eine gewisse Hierarchie. Und wie Sie vielleicht wissen, ist ja unsere Adressierung hierarchisch und da möchte ich jetzt hinführen. Und Sie werden sehen, dass es zwischen der Hierarchie des Routings und der Adressierung da einen Zusammenhang gibt. Ja, also man hat sich das genau überlegt, wie man diese Adressierung baut, in Abhängigkeit vom Routing. Das ist jetzt nicht so, dass die Adressierung plötzlich so vom Himmel gefallen ist und wir dachten, das wäre super, das so zu machen. Ne, ne, es gibt einen Zusammenhang darin, wie das Internet funktioniert. Also wenn ich jetzt Internet sage, meine ich natürlich IP, also Layer 3. Insbesondere das Zusammenspiel zwischen Routing und Adressierung auf Layer 3. Und wenn Sie ehrlich sind, so viel mehr macht das Layer 3 ja auch nicht im Internet. Ja gut, Sie haben bei IPv4 noch eine Header-Checksumme, also da ist noch so ein bisschen Prüfung dabei. Aber ansonsten haben wir ja, das sind ja die beiden Funktionen, die die IP uns anbietet, ne, auf der Netzwerkschicht. Genau, also, wie baue ich jetzt ein richtig, richtig großes Netz? Also, was passiert, wenn das Netz groß wird? Was passiert dann mit meinem Routing? Naja, naiv gesagt, die Routing-Tabellen werden jetzt immer größer und größer, müssen, brauchen immer mehr Speicher. Die Suchroutinen da drauf werden immer langwieriger. Das heißt, die Laufzeit meiner Routing-Algorithmen wird immer größer und das ist ja sehr ungeschickt, ne. Also, sowohl der Routing-Algorithmen als auch des Routings, ne. Also, das Routing ist ja einfach ein Lookup in der Tabelle, aber je größer diese Tabelle wird, umso länger dauert dieser Lookup. Und wir haben das beim letzten Mal ja schon diskutiert, dass ich das schnell machen will, ne. Dass ich manchmal auf dem Backbone ja auch nur vielleicht eine Pikosekunde Zeit habe oder eine Mikrosekunde Zeit habe, um so eine Routing-Entscheidung zu fällen, ja. Um nicht eben alles, also den Durchsatz und die Latenz massiv hochzufahren, ja. Ne, das steckt ja auch in unserer Ping-Zeit drin, ne. Wenn der Router sich jetzt mal eine Sekunde genehmigt, um in einer großen Tabelle nachzuschlagen, dann geht das auf ihre Ping-Zeit rauf. Ja, und dann ist das natürlich auch wieder eine Sache, wenn der Router das nicht immer macht, ist das wieder die Varianz ihrer Ping-Zeit, die da hochgeht. Und das haben wir ja im ersten Praktikumstermin gesehen und auch diskutiert, dass die Varianz der Ping-Zeit, also der sogenannte Jitter, ja da eigentlich das primäre Problem ist. Modulo, dass vielleicht der Mittelwert jetzt nicht so schlimm sein sollte, ja. Also, das ist natürlich ein Problem, wenn das hier größer wird für unseren Gesamtbetrieb. Wir wollen also, dass das gut skaliert. Und ein Gedanke, der uns dabei hilft, sowas zu bauen, ist, ich interessiere mich doch jetzt als Knoten hier in Darmstadt nicht unbedingt, zumindest nicht immer, oder mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, für eine Route zu irgendeinem Knoten im australischen Outback. Das kann schon mal sein, dass ich mit diesem Knoten kommunizieren will, ja. Aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich das sofort tue und häufig tue. Ich werde ja primär eher mit meiner Nachbarschaft kommunizieren. Ja, und mich dann von meiner Nachbarschaft ausbreiten und ausgehend von meiner Nachbarschaft dann mit weiteren Knoten, entfernten Knoten kommunizieren. Also, wir haben so eine gewisse Lokalität, ja, im Betrieb dieses großen Netzes. Wir haben nicht einfach ein zufälliges Picken von Knoten aus der ganzen Welt und die kommunizieren dann, ja. Das ist schon so ein lokaler Prozess, den wir da fahren, ja. Das heißt also, wir brauchen eine höhere Auflösung hinsichtlich Routing, also ein besseres Routing für lokale Pakete. Und wenn die Pakete dann mal weiter weggehen, vielleicht nach Australien, dann reicht das, wenn wir das mit ein bisschen mehr Verzögerung machen. Ja, also zumindest nehmen wir an, dass das dann reicht, ne. Und das ist die Grundidee, die hinter diesem hierarchischen Routing steckt. Ja, also ich, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit kümmere ich mich zuerst, brauche ich zuerst Routen in meiner Nachbarschaft. So, hier ist das nochmal ein bisschen grafisch dargestellt, was ich gerade gesagt habe, ne. Also, und wir machen mal ein bisschen Terminologie. Also, es gibt dann die sogenannten Regionen, ja. Also, wir gruppieren Knoten in Regions. Und ein Router kennt dann eben die Knoten in seiner eigenen Region genau und kennt dann natürlich den nächsten Router zur nächsten Region. Hier ist das dargestellt, schauen Sie mal. Hier haben wir, die Regions sind diese farbigen Mengen, ja, von Knoten. Die Knoten sind diese dunkelblauen Punkte. Und, ja, was in dieser farbigen, in diesem farbigen Oval ist, das ist immer, was der jeweilige Router kennt. Und wenn wir uns jetzt mal den blauen Router da rauspicken, also den, der für diese hellblaue Region verantwortlich ist, dann sehen Sie, was der auf der rechten Seite, was der kennt. Dann kennt der seine Knoten ganz genau, kennt auch die Netze und Subnetze dazwischen, ja. Und weiß dann natürlich, wie er die anderen Regions erreicht. Aber er muss ja nicht mehr das Netz innerhalb dieser Region kennen. Es reicht ja, wenn er den Router kennt. Und dann kann sich der Router, zum Beispiel der vom Rosanetz oder vielleicht sogar Mangentanetz, ich weiß es nicht, darum kümmern, ja. Oder der vom grünen Netz, ja. Das ist die Grundidee, ja. Und Sie merken, hier haben wir so eine Hierarchie, hier haben wir so eine 2-Level-Hierarchie, ja. Also wir haben die Region und wir haben, ja, ich sag mal alles andere, also die globale Sicht und das wäre zum Beispiel das Internet, ja. Ja, dann haben wir doch schon mal eine Hierarchie. Und zwar ohne jetzt 30 Hierarchien einzuführen und das unglaublich kompliziert zu machen. Und das ist, ich finde, auch eine gute Hierarchie, weil das jetzt nicht so willkürlich daherkommt, ne. Da hat sich jetzt nicht irgendein Board zusammengesetzt von wichtigen Leuten und das so definiert, dass das so sein muss, weil sie das so toll finden. Ne, das ist schon relativ logisch, nach dem Prinzip, nach dem so Routing und Rechnernetze funktionieren, ne. Sie haben so eine Lokalität hier bei Ihrem lokalen Netz und dann haben Sie so dieses Konzept des Routers hier drinnen, ne. Weil es reicht ja dann, wenn der Router sozusagen die Auflösung macht für sein lokales Netz. Ja, wie funktioniert jetzt das Routing zwischen Regionen und innerhalb einer Region? Also hier ist es nochmal erklärt. Ja, für den Router sieht eine Region, die nicht die Seine ist, ja. Also in unserem Beispiel, die zum Beispiel die Magenta oder die Grüne oder die Gelbe Region, die sehen alle wie ein einzelner Knoten aus. Das interessiert ihn überhaupt nicht, ne. Was da drin steckt, also das ist für den einfach nur ein Knoten. Das ist also, dieser Knoten wäre der Router der fremden Region. Und zu seiner eigenen Region, da kennt er ja die Knoten auch genau. Und das routet er einfach direkt durch, ja, entsprechend in das IP-Netz des jeweiligen Knotens. Schauen wir auch gleich, wie das gemacht wird mit den Routing-Entscheidungen, erkläre ich Ihnen dann. Und wenn er jetzt aber ein Paket bekommt, das für eine andere Region gedacht ist, also ich gehe nochmal zurück, vielleicht, wir sind beim blauen Router, ja, und vielleicht der blaue Router, das ist ja der hier, kriegt jetzt vom grünen Router ein Paket für die, oder von der grünen Region ein Paket für die Magenta-Region. Was macht er damit? Naja, das muss ihn nicht groß interessieren, da gibt es halt auf das Interface raus, was mit der Magenta-Region verbunden ist. Ja, und er muss sich nicht um die Knoten in dieser fremden Region kümmern. So, was man dafür braucht, ist natürlich, dass der Router sehr schnell und sehr einfach die Zielregion aus einem Paket, ja, wenn Sie so wollen, aus der Zieladresse extrahieren kann. Und dafür brauchen wir eine gute Adressstruktur. Ja, ich will ja als Router möglichst schnell die Pakete loswerden, die an fremde Regionen gehen. Und das muss ich sofort entscheiden können, ne? Also, sind die jetzt für mich, für meine eigene Region, oder sind die für andere Regionen? Besprechen wir gleich, wie wir das machen. Das ist das sogenannte Region Mapping, ja? So, ich habe ja schon diese Hierarchie so ein bisschen gelobt, also diese zweistufige Hierarchie. Was ist denn der Preis, ja? Also, Vorteile hatte ich ja schon genannt, das wollten wir ja lösen damit. Also, wir haben Laufzeit ein bisschen geringer, weil wir uns, wie gesagt, nur um das lokale Netz kümmern müssen. Und wenn das nicht zu groß ist, dann ist das ganz okay. Dann kommen wir ganz gut zurecht, was so Laufzeit angeht und Speicher für die Routing-Tabellen. Und diese Lookup-Zeit für den nächsten Host, Entschuldigung, die Lookup-Zeit für den nächsten Hop. Bei solchen Sachen muss man immer diskutieren, was sie kosten. Und was kostet das? Naja, das kostet Optimalität. Ich kenne natürlich nicht mehr den gesamten Graphen. Ja, für mich sieht natürlich jetzt einen Knoten in einem fremden Netz, also zum Beispiel in Australien, ja? Sagen wir mal, die grüne Region, ganz genauso aus wie der Router dieses Knotens, ne? Und es kann natürlich sein, dass wir da zwei Router haben zu dieser Region und das vielleicht geschickter wäre, über eine andere Region zu routen. Das sehe ich aber nicht, ja? Ich gucke ja in diese Region nicht rein, ne? Ja, ich kann das vielleicht auch mal illustrieren. Schauen Sie hier, sagen wir mal, ne? Ich habe ja hier mehrere Alternativen, um diesen Knoten zu erreichen. Sie sehen ja, worauf mein Laserpointer gerade zeigt. Also mein virtueller Laserpointer gerade zeigt. Und ich route aber erst mal an den hier, ne? Das ist ja der einzige Knoten, den ich wirklich kenne, als blauer Router. Und dann kann es natürlich sein, dass der jetzt blockiert ist, ja? Also ich denke nicht, mit Änderungen in diesen Knoten würde der klarkommen, das würde der Router sehen, aber es kann sein, dass der aktuell blockiert ist. Deswegen wäre es unter Umständen eine cleverere Entscheidung, wenn ich vielleicht einen Umweg mache, um diesen Knoten zu erreichen. Wenn mir das mein Routing-Protokoll aber noch nicht gesagt hat, indem es zum Beispiel den Link dieses Knotens auf, also das Linkgewicht, Entschuldigung, also das Gewicht dieser Kante entsprechend erhöht hat, wenn ich das noch nicht weiß, wähle ich diese Route, also diesen Umweg natürlich nicht, ne? Also das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe keine globale Sicht mehr. Ich kann nicht beides haben, ne? Ich kann nicht Speicherplatz sparen wollen und Lookup-Zeiten und Routing-Algorithmen-Zeiten verbessern wollen. Und gleich, indem ich das ganze Netz nicht mehr kenne, dann aber noch optimal sein wollen, weil Optimalität braucht immer gesamtes Wissen. Also Optimalität aufs Gesamtnetz bezogen, ja? So, genau. Also das ist so das große Contra hier an der Stelle, ne? Ja, wir kennen ja nicht mehr alle Details und um wirklich optimal zu sein, also optimal aufs Gesamtnetz bezogen, brauche ich eben alle Details. Gibt es jetzt noch mehr Hierarchie-Ebenen? Wir haben ja jetzt zwei diskutiert. Wenn das Netz jetzt wirklich, wirklich groß wird, dann muss ich mir noch was anderes überlegen. Dann brauche ich noch mehr Hierarchien. Also jetzt reden wir so langsam wirklich über das Internet, ja? Und ja, dann muss ich mir überlegen, wie mache ich jetzt zum Beispiel aus Regionen Cluster von Regionen. Also zum Beispiel, stellen Sie sich das so vor wie Kontinente, ne? Also Sie haben die Regionen für die einzelnen Länder oder eben Teile in diesen einzelnen Ländern als Regionen und dann haben Sie dann sozusagen einen Cluster, der Ihnen vielleicht so ein Kontinent darstellt, ne? Und ich kann jetzt, naja, diverse Hierarchien mir jetzt hier überlegen. Also ich mache aus so einem Cluster noch eine Domäne, ich mache aus so einer Domäne noch ein Konglomerat und so weiter, ne? Also suchen Sie sich da aus, was Sie wollen. Die Frage, die dahinter stellt, ist aber, wie viele Hierarchie-Ebenen brauche ich dann eigentlich? Und was im Prinzip bedeutet, also die Fragen sind äquivalent, ne? Wenn ich weiß, wie viele Hierarchie-Ebenen ich habe und meine Knotenanzahl endlich ist, dann weiß ich damit natürlich auch, wie viele Entitäten, ja, auf wie viele Hierarchien diese Entitäten aufgeteilt werden. Und so eine gute Faustregel an der Stelle ist für N-Knoten LN, also das ist der natürliche Logarithmus hier, Ebenen von Hierarchie. Also LNN, also natürlicher Logarithmus von N, Hierarchie-Ebenen. Das ist eine gute Regel, auch deshalb, weil sie gut skaliert, ne? Sie wissen ja, wie der Logarithmus skaliert, also wenn N linear steigt, dann habe ich eben diese Abflachung des Logarithmuses für ein steigendes N. Und das ist ja, was man möchte, ne? Man möchte ja, dass die Komplexität dann irgendwann begrenzt ist. Und Komplexität hier im Sinne von Hierarchie-Ebenen. Ja, das ist so eine ganz gute Faustregel an der Stelle, mit der Sie da so eine gute Balance hinkriegen. Das hilft natürlich nur, wenn Sie sozusagen das gesamte Internet designen, ja, oder bei der Analyse, ob das jetzt ein gut designtes Netz ist oder nicht. Große Carrier machen das auch so, so Mobilfunkbetreiber müssen diese Betrachtung auch machen auf dieser Ebene und können diese Betrachtung machen. Ich sage mal, Sie als Endnutzer oder als kleiner Admin können sowas natürlich nicht machen, ne? Ja, weil Sie werden nie diese Knotenanzahl haben, dass es sich lohnt, da dann entsprechend, also mehr als vielleicht eine Hierarchie-Ebene reinzuziehen, ja? Also zusätzlich, also mehr als, Entschuldigung, mehr als zwei Hierarchie-Ebenen reinzuziehen. Ja, aber das ist eine ganz gute Faustregel, dann können Sie sich das mal überlegen. Okay, wenn ich jetzt diese Hierarchien gebaut habe, zur Vereinfachung, wie gesagt, ich habe jetzt diese zwei Level-Hierarchie hier nochmal, ne, mit meinen Regionen. Dann hatte ich ja schon gesagt, das ist vielleicht jetzt nicht immer geschickt, diese ganzen Umwege zu laufen und diese Hauptrouter zu verwenden. Und deswegen kann ich jetzt natürlich noch eine andere Sache machen. Ich kann diese Regionen direkt miteinander verbinden über sogenannte Gateways. Innerhalb einer Region, oder hier haben wir mal Konglomerat gesagt, habe ich dann das Interior Gateway-Protokoll und dann zwischen den Gateways, damit die sich austauschen können. Ja, also Sie sehen hier, die Gateways sind hier markiert. Gibt es dann das Exterior Gateway-Protokoll, was sozusagen nur wieder den Gateway-Graphen austauscht miteinander. Das heißt, wir haben hier also den Routern jetzt einen anderen Namen gegeben, das sind jetzt die sogenannten Gateways. Haben das auch ein bisschen verallgemeinert, weil Sie sehen, ich habe jetzt hier jede Verbindung nach außen als Gateway bezeichnet. Und wir haben jetzt eben zwei Protokolle, also eine zur internen Abstimmung, wenig überraschend Interior Gateway-Protokoll und eine zur externen Abstimmung zwischen den Gateways, das Exterior Gateway-Protokoll, die dann sozusagen nur diesen abstrahierten Graphen, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, wo die Gateway nicht mehr in den Graphen der benachbarten Netze oder der fremden Netze reinschaut, also diese abstrahierte Variante, nur die wird natürlich zwischen den Gateways ausgetauscht. Ja, und das ist im Wesentlichen der Begriff autonomes System und aus autonomen Systemen ist das Internet zusammengesetzt. Also das Internet besteht aus Systemen, die so aufgebaut sind. Das heißt, Sie haben diese Konglomerate, also diese Mengen von Knoten und die sind über Gateways verbunden, die über diese beiden Protokolle miteinander sprechen. Ja, also Interior innerhalb der Region oder des Konglomerats und Exterior zwischen den Gateways. Und das ist ein sogenanntes autonomes System. Und wenn Sie jetzt ganz viele davon nehmen und die dann auch noch verbinden, über sogenannte Backbone-Router zum Beispiel, dann haben Sie die Struktur des Internets. So, wie finden sich jetzt diese Gateways und diese Hosts? Naja, indem Sie Adressfelder auswerten. Und das möchte ich Ihnen jetzt erklären, wie die Adressierung funktioniert und auch wie das Lookup funktioniert in einem Router. Weil, wie auch schon mehrfach erwähnt, das gehört natürlich zusammen. Also die Adressierung muss natürlich clever genug sein, sodass das Lookup auch schnell sein kann. So, was wir uns vielleicht als erstes überlegen könnten wäre, warum mache ich nicht einfach eine flache Adressierung? Naja, skaliert halt schlecht. Also flache Adressen hatten wir bei Ethernet zum Beispiel, also auf Layer 2. Und da hatten wir sowas wie eine global eindeutige MAC-Adresse. Also das stimmt auch nicht so ganz. Also Sie haben schon Duplikate, aber man geht zumindest davon aus, dass die hinreichend eindeutig ist. Und das war es. Also keine Hierarchien. Ja, in einem LAN sieht jeder jeden. Wir hatten ja auch diese schöne Broadcast-Eigenschaft in unserem LAN oder in unserem WLAN. Und daher ist eine flache Adressierung ja da eigentlich ganz praktisch. Also jeder kann jeden sehen und eine Adresse ist direkt auflösbar. Wir brauchen also keine Hierarchie an der Stelle, also zumindest nicht in LANs, in sogenannten Local Area Networks. So, und warum brauchen wir jetzt eine Hierarchie? Warum brauchen wir jetzt ein anderes Adressierungsschema? Naja, das skaliert eben nicht auf große Netze, also aufs gesamte Internet. Das ist dieselbe Argumentation, die wir bereits hatten mit unseren Regionen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, hier hatten wir ja unsere Regionen mal dargestellt. Und das war ja wie gesagt rechts, was zum Beispiel der Router der blauen Regionen sieht. Und wenn ich jetzt hier einen flachen Adressraum benutze, dann würde das, also gegeben einer kleineren Knotenanzahl, sicherlich funktionieren. Aber ich bilde diese Hierarchie am Adressraum überhaupt nicht ab. Ja, also ich verschenke was. Also ich brauche eigentlich gar keine flachen Adressen hier an der Stelle. Weil wenn ich jetzt aus der Perspektive des blauen Routers, ja wie viele Knoten sehe ich denn da? Da sehe ich, wenn ich jetzt mal richtig zähle, sieben Stück. Also mich eingeschlossen. Und das ist der Adressraum, der mich interessiert. Also ich muss mich jetzt nicht für den gesamten Adressraum dieses großen gesamten Graphen interessieren. Und das wäre ja Verschwendung. Sie wissen ja, je größer der Adressraum, umso mehr Bits brauche ich im Header, um die Adresse darzustellen. Also das ist alleine vom Durchsatz her Verschwendung, weil wir einfach viel zu viel redundante, also unnötige Verwaltungsinformationen übertragen. Und das skaliert eben auch schlecht. Also wenn das jetzt mehr und mehr Knoten werden, dann habe ich einen riesigen Adressraum irgendwann, der mir einfach extrem viel Durchsatz klaut und natürlich auch Lookup-Zeit klaut. Und die Zeit des Routing-Algorithmus wird nicht größer werden. Der schert sich ja um die Adressen relativ wenig. Der schert sich ja, zumindest muss er sich jetzt nicht genau die Adressen der Knoten anschauen. Aber die Lookup-Zeit würde natürlich auch massiv hochgehen. Und das völlig unnötigerweise. Was wir also brauchen ist, wir brauchen so eine gewisse Hierarchie. Also wir haben so, hier ist es mal dargestellt, wir haben so für Hierarchie eben eine N. Haben wir hier irgendeine Gruppen-ID N, dann Gruppen-ID N-1, dann bis wir die Gruppen verlassen und dann tatsächlich beim Device sind. Also für N-Hierarchien. Und das werden wir jetzt mal darstellen und uns das so ein bisschen herleiten, warum das sinnvoll ist. Schauen wir uns mal an, wie so diese Forwarding-Table, also diese Weiterleitungstabellen dargestellt werden. Was brauche ich da? Naja, ich brauche eine Adresse. Die habe ich hier mal dezimal dargestellt in der linken Spalte dieser Tabelle. In der Mitte habe ich die mal binär dargestellt. Und rechts sehen Sie die dazugehörende Interface. Und hier links sehen Sie den Graphen, der dazu gehört. Wir haben also diesen Router in der Mitte. Der hat vier Interfaces. Also das sind die, ich sag mal, Netzwerkkarten, mit denen der mit anderen Netzen verbunden ist. Und das können jetzt eben auch andere Router oder andere Hosts sein. Und ja, dann haben wir hier die entsprechenden Knoten, ja. Und wir wollen ja Adressen herleiten. Das heißt, ich fange natürlich jetzt hier nicht bei IP an. Ich nehme einfach mal nur ganz einfache Dezimalzahlen. Naja, und der hat jetzt hier insgesamt, ist der mit 16 Knoten verbunden. Und der muss natürlich jetzt, was ist sein Job? Naja, der muss jetzt entscheiden, wenn jetzt ein Paket von irgendeinem Knoten kommt, auf welches Interface schickt er das raus. Das ist, was ein Router macht, ne. Ja, also der schickt das natürlich nicht explizit zu einem anderen Knoten. Der schickt das einfach aus einem bestimmten Interface raus. Und hoffentlich auf dem, das mit dem Zielknoten verbunden ist. Ja, also Beispiel, Knoten 0 schickt, möchte ein Paket an Knoten 15 schicken. Router bekommt es auf Interface 1 rein. Schaut in der Routing-Tabelle nach. Was ist hier die Zieladresse? Ja, 15. Geht bitte aus Interface 2 raus. Und dann kriegt Knoten 15 das gegebenenfalls auch über andere Router dann irgendwie rein in seinem LAN. Benutzt dann gegebenenfalls ARP, ne, um die MAC-Adresse aufzulösen. Und schnappt sich dann das IP-Paket, was für ihn gedacht ist. Ja, so, wie mache ich das jetzt ein bisschen effizienter als mit dieser riesen Forwarding-Tabelle? Naja, ich kann zum Beispiel mir nur Präfixe angucken. Weil ich muss ja beim Router gar nicht die ganze Tabelle, äh, Entschuldigung, ich muss ja beim Router gar nicht die ganze Adresse kennen. Ich muss ja nur den Teil der Adresse kennen, der individuell oder unik, ja, auf ein Interface mappt. Und das ist naiv gesagt natürlich nur, ähm, der Präfix, der mir, wie gesagt, einen Interface eindeutig identifiziert. Ja, ich habe jetzt hier mal ein Wildcard verwendet, ne, und einfach die Adressen abgekürzt. Schauen Sie mal, ne, also die 3er-Null, ne, die zählt immer, also die, die von Links gelesenen Adressen, die mit drei Nullen anfangen, ne, also die hier, die ich hier gerade zeige, die zählen immer auf Interface 1, ne. Also muss ich gar nicht die ganze Adresse speichern im Router und auch vor allen Dingen gar nicht die ganze Adresse interpretieren. Und wie gesagt, jedes Bit, was ich nicht interpretieren muss im Adressfeld, spart mir Lookup-Zeit in einem Router. Ja, sondern es reicht, wenn ich die ersten 3 Bits interpretiere. Ja, und wenn die nur 0 sind, dann schiebe ich das auf Interface 1 raus. So, ähm, wenn das nicht so ist, ja, dann habe ich hier, dann schaue ich mir die ersten 2 Bits an, das ist eine, das sind Nullen, dann schaue ich mir das nächste Bit an, 1, 0, immer noch Interface 1, ja. Ja, wenn ich aber zum Beispiel auf den ersten 3 Bits 0, 1, 0 sehe, dann weiß ich, dass das reicht, um Interface 3 eindeutig zu identifizieren, Entschuldigung, um Interface 3 eindeutig zu identifizieren. Und dann schiebe ich das Paket mit der Zieladresse initial 0, 1, 0, binär, direkt auf Interface 3 raus. Ja, daraus können wir uns eine, ja, Auflösungsregel oder auf Englisch Lookup-Rule, ähm, 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 definieren. Gegeben eine Zieladresse, also gerne im Binärformat, ja, benutze die Zeile mit dem passenden Präfix. Und dann benutzen wir Wildcards, das sind diese Sternchen, ähm, zur Kompression. Die Zeile ist natürlich eindeutig, äh, festgelegt, das ist klar, ne, also dass ich das pro Adresse nur einmal habe, also ich brauche für jede Adresse natürlich eine Zeile. Das wäre erstmal so eine schöne Lookup-Regel. So, jetzt sieht man, dass ich hier immer noch Redundanz drin habe. Und zwar habe ich jetzt drei verschiedene Lookups, die auf ein Interface führen. Werte ich die irgendwie los? Das ist ja eigentlich unnötig, ne? Ja, warum muss ich denn hier in dem Beispiel zum Beispiel 5 Bits interpretieren und hier auch nochmal gesondert? Ja, das macht ja meinen Speicherplatz höher, das führt auch wieder zu unnötigen Verzweigungen. Kriege ich das irgendwie weg? Hat jemand von Ihnen vielleicht eine Idee, wie man das wegkriegt? Gut, also dann besprechen wir es mal, wie kriegt man diese Redundanz weg? Naja, die kriegen wir mit der Longest-Prefix-Roll weg. Ja, ähm, Komprimierung, Herr Butt, das ist, was ich die ganze Zeit hier bespreche. Das ist so in etwa wie, ähm, wenn ich, wenn ich frage, erklären Sie mir mal, wie man ein Auto fährt und Sie sagen, Steuerrad benutzen. Ja, das ist natürlich so reduktiv, dass es eigentlich egal ist, ob Sie das sagen oder nicht. Ja, also das muss dann schon präziser sein, ähm, als, als Antwort, sorry. Ja, wie kriegen wir diese Redundanz weg? Ähm, die kriegen wir weg mit der Longest-Prefix-Roll und die möchte ich Ihnen jetzt erklären. Ähm, wir brauchen die Wildcards nämlich tatsächlich gar nicht, sondern wir nehmen die redundante Information einfach raus. Schauen Sie mal, das habe ich hier gemacht, ne? Also ich habe diese drei, diese zwei Redundanten, die auch auf Interface 1 gezeigt haben, habe ich einfach gestrichen. Ändere aber jetzt meine Regel so, dass ich, wenn ich eine Zieladresse bekomme, in Binärform, die Zeile mit meinem längsten Präfix benutze, der zu Interface passt. So, und damit funktioniert's, ne? Also ich brauche hier oben nicht mehr auf, ähm, das dritte Bit aufzulösen, wenn ich zwei Nullen habe. Ich muss hier in dem Beispiel aber, in der, in der, in der, in der zweiten, im zweiten Lookup-Feld, tatsächlich auf 5 Bits auflösen, um Interface 4 eindeutig identifizieren zu können. Und das ist dieser Longest-Prefix, ne? Also der Longest-Prefix in diesem Beispiel hat eben genau 5 Bits, ähm, und zeigt dann eben auf Interface 4. Ja, das heißt, das ist schon relativ cool, ne? Also ich kann von vorne sozusagen meine Adresse interpretieren in Binärform und muss in den, in vielen, vielen Fällen gar nicht so viele Bits interpretieren. Das heißt, es reicht, wenn ich nur die ersten 2 Bits hier anschaue oder nur die ersten 3 und dann hier eben in diesem einen Fall, also in dem Beispiel in ein Viertel der Fälle sozusagen, ähm, wenn jetzt alle Adressen natürlich gleich verteilt, also alle Zieladressen gleich verteilt angesprochen werden, ähm, dann eben nur in einem Viertel der Fälle, ähm, tatsächlich 5 Bits, ja? Ja, und das ist ja auch, ähm, ja, tatsächlich schon ein Span von Speicherplatz und Aufwand. Hier haben wir das nochmal als Baum dargestellt, ähm, die Hierarchieebene in diesem Baum, ähm, sind jetzt die Bit-Positionen. Also wir fangen hier oben bei Bit-Position 1 an, ne, von, wieder von links gelesen, und, äh, gehen hier runter, ne? Ja, Position 2, Position 3, Position 4, und dann, wenn ich das jetzt richtig habe, haben wir hier noch Position 5, ja? Ähm, ist ein bisschen verschoben gezeichnet hier. Aber die Idee ist, glaube ich, klar, ne? Und, ähm, das sind jetzt meine Entscheidungen, die ich hier mache, ne? Das ist mein Entscheidungsbaum. Also, ähm, ich fange oben an mit Bit 1, ähm, ja, bei einer 1 weiß ich nicht, was ich tue, bei einer 0, ähm, das reicht mir auch noch nicht für eine Entscheidung. Ähm, wenn ich jetzt aber 1, 2, 3 Nullen habe, dann bin ich bei Interface 1, ähm, wenn ich jetzt 0, 1, 1, dann bin ich bei Interface 2, das müsste eigentlich passen, ne? Wir können ja mal schauen, ich habe jetzt die Tabelle leider noch auf der vorigen Seite. Ja, 0, 1, 1, genau, das war Interface 2, 0, 1, 0, das war Interface 3, ne? 0, 1, 0, da sind wir bei Interface 3. Sie haben es, denke ich, verstanden. Also, das ist sozusagen dieser Entscheidungsbaum und das macht ein Router, ja? Also, der Router fängt links, von links an die Adresse zu interpretieren, geht dann diesen Entscheidungsbaum durch, bis er dann auf diese Adresse oder diesen Ausschnitt der Adresse, hoffentlich nicht die gesamte Adresse, sondern hoffentlich nur den Ausschnitt der Adresse auf die entsprechende Interface gemappt hat und dann leitet er das Paket auf diese Interface weiter. Router machen das tatsächlich auch noch ein bisschen abgefahrener, sage ich mal, also die benutzen andere Datenstrukturen, sogenannte Trice, das Konzept ist aber dasselbe. Ja, ich sage es nur, dass die Implementierung ist dann doch noch ein bisschen komplizierter als das, aber die Grundidee steht schon hier, das ist dieser Lookup-Baum bei der Entscheidung. Und richtig große Router haben das tatsächlich auch in Hardware implementiert. Also, die haben die Routing-Tabellen auf dem FPGA drauf. Das ist so ein, ja, so ein programmierbarer Hardware-Chip, Field Programmable Gate Array und machen das dann quasi in richtig, richtig schneller Zeit. Da haben wir doch schon mal so eine Adressierungsstruktur uns überlegt. Also, Sie merken, wir haben bei der IP-Adresse jetzt nicht nur die Hierarchie, Host-Adresse oder Host-Teil und Subnetz-Teil, sondern wir haben eben auch wirklich in der Bit-Anzahl, also in der Bit-Reihenfolgen-Hierarchie. Und damit bin ich jetzt bei IP und bei den IP-Adressen, die ich Ihnen jetzt in Folge gerne erklären würde. Fangen wir mal mit dem IP-4-Header an. Ja, das haben Sie ja alles auch schon mal gesehen, aber ich möchte auf ein paar Besonderheiten hier hinweisen. Ja, das ist jetzt erstmal so ein IP-4-Header und wir sehen, der Header fängt mit dem Versionsfeld an. Das ist ja auch sinnvoll, dass man das zuerst hat, weil dann weiß der Router oder weiß der Host, welchen IP-Stack, ob er jetzt IP-Stack V4, V6 oder vielleicht sogar noch einen anderen verwenden soll. Also daher brauche ich das Versionsfeld auch bei allen Versionen natürlich immer zuerst, weil davon hängt natürlich ab, was in voll, welche Felder in Folge kommen. Ja, dann gibt es hier so ein paar, ja, ich sag mal besondere Felder, die aber teilweise sich auch als redundant erwiesen haben. Also so Type of Service, das waren so ein Quality of Service Feld und mit dem man zum Beispiel Voice-over-IP-Pakete oder so priorisieren kann. IP-Pakete haben keine feste Länge, deswegen haben wir so ein Total-Length-Feld. Wir haben so ein paar Flags hier, wir haben ein Fragment-Fragmentier-System, also das hat man dann bei IPv6 abgeschafft, das werde ich dann auch nochmal erklären. Das braucht man, wenn zum Beispiel ich größere IP-Pakete versenden möchte, als mir die physikalische Schicht oder das Link-Layer erlaubt, dann muss ich fragmentieren und dann benutze ich diese Flags dafür und den Fragment-Offset. Dann habe ich Time to Live, der Name ist ein bisschen irreführend, das ist im Prinzip ein Hop-Count. Der ist wichtig, der sorgt dafür, dass Pakete nicht beliebig oft durchs Internet zirkulieren können. Sie können ja theoretisch zumindest Zyklen haben in Ihrem Grafen, also in Ihrem Netzgrafen und wenn Sie den Hop-Count nicht hätten, würden die Pakete da ewig drinnen rumzirkulieren und das würde sich so aufkumulieren. Also was hier passiert ist, dass einfach die Time to Live definiert wird vom Sender und jeder Router zieht da was ab, also als Hop-Count, eben nicht als Time, sondern als Anzahl von Hops und wenn der auf Null ist, dann wird der nächste Router, der das empfängt, das Paket einfach stillschweigend löschen. Das vermeidet, dass Pakete zu lange im Netz zirkulieren. Protokoll, damit ist das Protokoll der nächsthöheren Schicht, also der Transportschicht genannt. Checksumme geht, wie der Name hier sagt, auch nur über den Header. Die sorgt dafür, dass Fehler beim Übertragen, die im Header auftreten, zum Beispiel in einem Adressfeld oder hier in einem dieser vorigen Felder, auch erkannt werden. Das ist keine CAC, das ist irgendwie so eine spezielle, ja recht ineffiziente, also von den Fehlerkorrektur-Metriken her gesehen, recht ineffiziente Checksumme-Variante, so ein Bit-Verwirrungsverfahren, hat man bei IPv6 auch abgeschafft aus zwei Gründen. Zum einen war es nicht wirklich gut, zum anderen, und das ist der Hauptgrund, immer wenn sich im Header was ändert, und jeder Router ändert ja im Header was, zum Beispiel reduziert er das Time-to-Lift-Feld. Ja, also jeder Router muss ja sogar im Header was ändern. Dann muss der Router die Checksumme natürlich neu berechnen, weil die Checksumme wird immer über die Daten berechnet. Und wenn die Daten sich ändern, dann muss ich das erneut tun. Und das führt natürlich zu enormen Overhead und hoher Laufzeit im Router. Ja, und deswegen hat man das bei IPv6 einfach abgeschafft. So, dann haben wir die Adressfelder. Ja, da haben wir Quelladresse, Zieladresse. Das kennen Sie auch noch vom Ethernet-Frame. Das sind natürlich jetzt IP-Adressen. Und dann haben wir hier irgendwelche Optionen, die wir hier anfügen können, die, ja, dann diesen Header entsprechend ergänzen. Das ist so mal grob die Header-Struktur. Gut, kommen wir zur Adressstruktur. Ja, wir haben jetzt die Adressfelder gesehen. Also da haben wir ja diese beiden 32-Bit-Felder drin. Einmal für die Quelladresse, einmal für die Zieladresse. Und was jetzt wichtig ist, und das wissen Sie, ich denke alle schon, dass wir eben diesen Netzwerk-Part haben und den Host-Part. Ja, also jede IP-Adresse besteht erst mal aus dem Host-Teil und der Subnetzmaske. Und nur mit diesen beiden Elementen ist die Adresse komplett. Also jemand, der Ihnen eine IP-Adresse hinwirft, ohne Ihnen die Subnetzmaske zu nennen, nennt eigentlich keine komplette IP-Adresse. Das kann vom Kontext her manchmal passen, wenn Sie die Subnetzmaske eh kennen, dann reicht es ja, wenn Sie den Host-Teil wissen. Aber streng genommen ist diese IP-Adresse dann nicht komplett. Ja, weil Sie wissen ja nicht, welcher Teil Host und welcher Teil Netz zum Netz gehört. Gut, üblicherweise schreibt man die in dieser sogenannten Dot-Dezimal-Form, ja, also das mit einfach vier Oktetten, also vier Dezimalzahlen, die dann zwischen 0 und 255 liegen können. Das haben Sie ja alles schon mal gesehen. Also hier haben Sie ja ein Beispiel auch. Also für die Subnetzmaske, aber im Prinzip die Host-Adresse sieht ja ähnlich aus mit diesen vier Elementen. Und diese Unterscheidung zwischen Netzwerk-Teil und Host-Teil, die nennt sich Classless Interdomain Routing. Die Anzahl der Bits, die den Netzpräfix geben, wird explizit angegeben in zum Beispiel der Slash-Notation. Ja, das haben Sie hier, die haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Also das kennen Sie vielleicht alle von so ihrem lokalen Netz zu Hause, ja, vielleicht von ihrem lokalen WLAN. Das ist oft irgendwas in der Form 192, 168.n.m, ja. Also Sie können dann, und dann Slash24, ja. Und diese 24 sagt Ihnen dann eben die Subnetzmaske. Und das ist genau die Anzahl der Präfix-Bits, ja. Und das ist eben der Teil, der zum Subnetz gehört. Also das ist der Netzteil. Und ja, hier haben wir das auch dezimal dann ausgerückt. Also Sie können natürlich beliebig umrechnen. Hier haben Sie diese Slash-Notation, ja, angegeben. Das heißt, ich habe eine Subnetzmaske, die hat 20 Einsen vorne. Und wenn ich mir das als Dezimalzahl darstelle, kommt eben hier diese Zahl raus. Merken Sie was? Auch hier haben wir wieder eine Markierung von Netz-Bits mithilfe einer Hierarchie. Also meine ersten 20 Bits werden hier mithilfe dieser Subnetzmaske markiert, dass die zum Netz gehören. Und damit weiß der Router, was überhaupt zum Präfix gehört. Ja. Das heißt, das hängt direkt mit der Lookup-Strategie des Shortest-Prefix-Routings zusammen. Also auch der Router fängt eben wieder an, also natürlich beim Adressteil, also das ist hier nur die Maske, fängt wieder an, von links alle Bits der Adresse zu interpretieren, die von der Subnetzmaske mit 1 markiert wurden. Den Host-Teil muss er nur für sein eigenes Netz interpretieren. Also das heißt, nur wenn die mit 1 markierten Bits auf sein eigenes Netz weisen, also auf den Teil, den ich vorhin zum Beispiel blau für den blauen Router aufgelöst hatte, ja, in seiner eigenen Region, dann muss er weiter schauen. Aber ansonsten, wenn das an einen fremden Router geht, oder an eine fremde Region, muss er das nicht tun. Dann reicht es, wenn er sich eben nur hier diesen Netzteil anschaut. Ja, üblicherweise, das ist jetzt noch ein historischer Kommentar, gab es nur sogenannte Class A, B, C Adressen. Das waren dann die mit den Präfixlängen 8, 16, 24. Das hat jetzt was mit der Entwicklung des Internets zu tun. Damals hat man das eben nur in dieser Granularität vergeben. Ja, es gibt noch ein paar spezielle IP-Adressen, die ich einfach mal erwähnen möchte. Also, die sind hier angegeben. Komplett 0 wäre der aktuelle Host. Loopback-Adresse, kennen Sie schon, ist die mit 127. Dann können Sie da irgendwas eintragen, um spezielle Loopback-Adressen einzurichten. Oft hat man da 001 oder sowas, aber das können Sie auch ändern. Das ist jetzt ein Host in diesem Netz. Also, die Adressen sind ja irrelevant für das lokale Netz, weil die durch die Subnetz-Maske ausgeblendet wurden. Und dann bleibt hier dieser Host-Teil übrig. Und das ist eben das, was der Router ins lokale Netz dann routet und was die Hosts dann sich im lokalen Netz zum Beispiel über Arb dann auflösen. Das ist eben dieser Host-Teil. Also, ich löse natürlich nicht die gesamte Adresse dann auf, sondern nur den Host-Teil. Und ja, Broadcast-Adresse, das wäre diese berühmte 255, 255, 255. Ja, nochmal 255, viermal 255. Da haben Sie dann natürlich die Bits alle auf 1 gesetzt. Und dann gibt es natürlich auch noch für bestimmte Netze Broadcast-Adressen. Das haben Sie auch mal gesehen. Also, wenn ich natürlich eine Netzadresse habe, die vielleicht 192, 168.1, 255 ist, dann ist das natürlich die Broadcast-Adresse in diesem speziellen Netz. Ja, das sind so Konventionen, das steht dann in so einer RFC drin. Und da halten sich dann die IP-Stacks in der Regel dran. Müssen aber nicht, ja. Ist ja nur Software. Also könnte man auch ändern. Man muss sich da nicht dran halten. Man braucht halt nur noch jemand anderen, der das auch nicht tut. Sonst kann man ja nicht kommunizieren. Schauen wir uns mal das Internet als Fallstudie ein bisschen genauer an. Und zwar IP-Adressen im Besonderen. Jetzt haben wir ja mal diese Hierarchie-Ebenen so ein bisschen durchgekaut. Wir haben uns diese Look-Up-Regeln angeschaut. Insbesondere die Longest-Prefix-Regel, die ja bei Internet-Routern eine Rolle spielt. Und wie das mit Subnetzmasken zu tun hat. Und naja, das macht eben die Subnetzmaske, die stellt in IP-Adressen zwei Hierarchie-Ebenen dar. Also zum einen den Host-Teil oder Netz-Interface-Teil. Ich nenne den in der Regel Host-Teil. Obwohl das jetzt vielleicht nicht die beste Terminologie ist, aber wir bleiben mal dabei. Und dann haben wir ja diesen Netzwerk-Teil oder auch gerne Subnetz-Teil. Und das ist ja eben, wie gesagt, dieser vordere Teil, der dann mit der Subnetzmaske mit Hilfe der Binärzahl 1 markiert wird. Damit wissen natürlich Knoten, in welchem Subnetz sie sind. Und Router müssen natürlich die anderen Subnetze auch kennen. Aber sie müssen eben, wie gesagt, nur diesen Teil, diesen Subnetz-Teil auswerten und nicht den Host-Teil. Zumindest von fremden Routern. Vom eigenen Netz natürlich auch den Host-Teil. So, wir fassen also mal zusammen. Für IP gilt, also Router kümmert sich um sein eigenes Netz. Dafür kennt er ja auch den Host-Teil. Dafür löst er den auf. Und muss natürlich wissen, wie er die Ziele in seinem eigenen Netz erreicht. Oder welche das zumindest sind von der Adressierung her. Und was macht er jetzt? Na ja, also sobald ein Paket reinkommt, prüft er, ist das Paket für mein Netz. Wenn nicht, schau dir die Netzwerk-Bits an. Also die, die eben mit 1 markiert sind bei der Subnetzmaske. Suche den entsprechenden Link, also mit Hilfe der Longest-Prefix-Rule, suche das entsprechende Interface und schick das Paket raus. Ja, und wenn dieser Longest-Prefix nicht reicht, um das aufzulösen, hat er vielleicht eine Default-Gateway, also auch so ein Fallback-Pier-Router, der vielleicht das auflösen kann stattdessen. Wenn das Paket zu seinem Netz gehört, also das heißt, wenn der Subnetzteil seinem eigenen Netz entspricht, schaut er sich eben die Host-Bits an und schickt das auf dem entsprechenden Link raus. Und dann, wie gesagt, hatten wir ja LAN-Mechanismen kennengelernt, zum Beispiel ARP, mit deren Hilfe dann die lokale Adresse aufgelöst wird, also die MAC-Adresse, die dann eben dafür sorgt, dass der entsprechende Host sich dieses Paket dann eben schnappt oder das an diesen Host gesendet wird. Schnappen ist tatsächlich ein besserer Ausdruck hier, weil ja beim LAN erstmal alle dieses Paket bekommen, zumindest bei einer Hub oder bei einem alten Ethernet oder bei einem WLAN. Bei einer Switch würde natürlich die Switch das an das entsprechende Port routen, mithilfe ihrer eigenen Adresstabelle, das haben wir ja kennengelernt im Praktikum, wie das funktioniert. Gut, also da haben wir wirklich zwei Hierarchien. Also das ist zwei Hierarchien, Forwarding und Routing. Einfach geht das in mein Netz oder ein fremdes Netz und wenn das in mein Netz geht, dann lokale Auflösung. Das ist von einem bestimmten Blickwinkel relativ clever, also weil mir das Adressaggregation erlaubt. Und zwar erlaubt mir das so etwas wie zum Beispiel, dass Netze einfach umziehen können. Hier haben wir das mal in einem Beispiel. Also ich habe jetzt ein Subnetz verlegt, also dieses Netz hier von Router 1b habe ich an Router 2 verlegt und ich kann natürlich jetzt die Adresse dort einfach eintragen. Und was jetzt der Router 2 eben noch zusätzlich machen muss, ist, der muss jetzt eben diesen Eintrag noch in seine Routing-Tabelle schreiben, also den für Router 1b, also für das Subnetz von Router 1b. Und dann kann er natürlich mithilfe des Longest Prefix das auflösen, weil der Longest Prefix ist ja dann natürlich der, der zu diesem 23er-Netz gehört. Also das heißt, das geht schon, so ein Umziehen, das hat auch eben positive Eigenschaften nochmal bei der Hierarchie-Änderung. Ja, wie hat sich der Präfix bei IPv4 über die Zeit entwickelt? Das ist mal ein ganz interessanter Plot, den ich hier von dieser unteren Webseite habe. Der geht bis 2019, glaube ich, aber den aktuellen sollten Sie da unten auch finden. Und Sie sehen hier, schauen Sie sich mal nur so diese rote Kurve an, das sind so einfach so ein Punktplot, wie sich die Präfixgröße immer weiter erhöht hat. Was bedeutet das? Das bedeutet, es gibt immer mehr Subnetze und immer im Internet und immer weniger HOS pro Subnetz. Weil wir haben ja 32 Bit und wir müssen uns entscheiden, welche dieser 32 Bit verwenden wir für ein Subnetz und welche für ein HOS. Und da die Adressgröße konstant ist, wenn ich mehr Subnetze erlaube, habe ich immer weniger Bits für einen HOS zur Verfügung. Also im Mittel hier, wenn ich ungefähr 20 Bits für Präfix verwende, habe ich dann eben noch 12 Bits für den HOS-Teil. Ja, AB haben wir eigentlich schon erklärt. Das ist natürlich die Adressbrücke zwischen Schicht 2 und 3. Und ohne Schicht 3 konnten Sie das jetzt auch nicht wirklich gut verstehen. Aber ich hoffe, da hat das Praktikum einiges gebracht. Gute Frage im Chat, warum haben wir immer mehr Subnetze? Nee, das liegt einfach daran, dass jeder gerne sein eigenes Subnetz hätte. Das liegt daran, dass wir eben immer mehr öffentliche IP-Adressen vergeben. Und große Netze sind ja weg, also müssen wir immer mehr kleinere Netze vergeben und deswegen steigt die Präfixgröße. Sorry, hätte ich mal dazu sagen können. Haben Sie gut nachgefragt. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Wir haben ja dieses Problem, dass die IP-Adressen so langsam sparsam werden oder so langsam ausgehen. Also zumindest bei IPv4. Und da komme ich auch gleich noch zu. Also AB lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg, ist ja im Wesentlichen dieses Broadcast-Verfahren. Also wir profitieren da massiv vom Broadcast eines LANs. Und das ist ja das Schöne, dass wir in LANs diesen Broadcast haben. Und im Internet wollen wir diesen Broadcast ja gerade nicht. Also da haben Sie auch wieder einen schönen Unterschied zwischen Schicht 2 und Schicht 3. Schicht 2, da brauchen Sie den Broadcast. Das ist eine super Sache. Das hilft Ihnen bei der Adressauflösung. Und übrigens auch beim Mac, also beim Medienzugriff. Im Internet, also in sowas, was skalieren muss, auf einem massiv großen weltweiten Graphen, da wollen Sie keinen Broadcast. Sollte zumindest intuitiv klar sein, wieso. Stellen Sie sich vor, Sie schicken da so einen Broadcast ans gesamte Internet. Das wollen Sie jetzt nicht wirklich, dass jeder Router sich mit diesen Paketen beschäftigen muss. So, kurze Hinleitung zur IPv6. Das, so ein bisschen habe ich es ja schon gemacht, über diese Präfix Sparsity, ja, oder, dass uns so langsam die IP-Adressen ausgehen. Also, ja, was macht man da? Naja, man führt einen höherwertigen Adressraum ein. Und das ist jetzt auch für IPv6 die wirklich große Änderung. Also, anstelle von 32-Bit-Adressen haben Sie jetzt 128-Bit-Adressen. Wir haben aber auch bei IPv6 mit so ein paar Altlasten aufgeräumt. Zum Beispiel ist Fragmentierung endlich weg. Fragmentierung ist eine Sache, die hat man immer versucht zu vermeiden. Bei IPv4, das war so in den Ursprüngen des Internets und der physikalischen Schichten, die nur kleine Pakete übertragen konnten oder kleine Frames, ja, Schicht 2 Frames, war das mal nötig. Aber man hat es eigentlich immer versucht auszustellen. Und das ist der Grund, warum Sie zum Beispiel versuchen, immer eine MTU von kleiner 1500 zu wählen. Hatten wir ja mal besprochen, was so eine MTU ist, Maximum Transmit Unit. Das ist so eine, ja, Größe, die ist so um 1500, meistens ein bisschen kleiner, 1470 oder so, wenn man da so ein paar Header abzieht. Und der Grund dafür ist, naja, warum Sie keine größeren Pakete wollten. Sie wollten nicht, dass Ihr IP-Paket größer wird als der Ethernet-Frame. Ja, so ein Ethernet-Frame kann nicht größer als 1500 Bytes sein, weil dann würde die Fragmentierung anfangen bei IPv4. Und Fragmentierung ist blöd, ja. Die führt zu Verzögerungen und jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein IP-Paket, was aus 5 Ethernet-Frames besteht und der vierte geht verloren und muss nochmal wiederholt werden. Dann müssen Sie im IP-Stack diese anderen vier Pakete zwischenspeichern und warten, bis der fehlende Ethernet-Frame endlich angekommen ist, das wieder zusammensetzen und hochschieben. Sie können sich vorstellen, was das für die Latenz bedeutet. Ja, also Fragmentierung ist Mist. Ja, oder um es jemand anderen zu sortieren, Fragmentierung ist Gift. Ja, insbesondere für Latenz. Und Latenz kostet ja auch Durchsatz. Wenn Sie zu viel Latenz haben, dann haben Sie irgendwann auch das Problem, dass Ihre Puffer anhalten und dann haben Sie auch keinen Durchsatz mehr. Ja, haben wir bei IPv6 abgeschafft. Also die Fragmentierung haben wir bei IPv6 abgeschafft. Wir haben den Header vereinfacht. Also mindestens die Fragmentierungsfelder sind rausgeflogen, aber anderer Kram ist auch rausgeflogen. Machen wir gleich im Detail. Wir haben Header-Extensions im Gegensatz zu Optionen. Und wir haben Flow-Labels. Das ist auch eine schöne Eigenschaft. Wir können also wirklich auf Flusebene eine Identifizierung machen. Also wir können so einen Strom von Paketen als einzelnen Fluss identifizieren. Also da nochmal so eine höhere Abstraktionsschicht einführen. Gut, also das ist mal so eine kleine Übersicht, Unterschiede, was ist da passiert. Und hier haben wir jetzt nochmal den IPv6-Header. Und der sieht ja schon ein bisschen ordentlicher aus, würde ich sagen, als das IPv4-Ding. Ja, wir haben hier nicht mehr irgendwelche komischen Flags drin. Wir haben hier diese großen Felder, diese 128-Bit-Felder für unsere Adressen. Dann haben wir hier vorne natürlich das Versionsfeld, auch ganz wichtig, damit wir natürlich sofort wissen, sobald wir das Paket bekommen, welcher Stack jetzt dafür eine Rolle spielt und wie der Header aussehen wird. Dann haben wir wieder dieses Traffic-Class-Feld. Das identifiziert ihn zum Beispiel Echtzeitverkehr. Also wenn Sie zum Beispiel in Ihrem Router so ein Feld haben, Voice-over-IP-Verkehr oder Echtzeitverkehr oder Video-Streaming-Verkehr oder so was, oder IP-TV-Verkehr, glaube ich, steht da manchmal, zu priorisieren, dann würde Ihr Router dieses Feld auswählen und dann eine Priorisierungsregel für diesen Verkehr, also der da als zum Beispiel IP-TV-Verkehr markiert ist, einführen. Dafür ist das da, dass man da zeitkritische Datenströme entsprechend priorisieren kann. Ja, dann haben Sie natürlich ein Problem damit. Wenn jetzt jeder behauptet, er hat einen zeitkritischen Strom, dann funktioniert das nicht mehr. Daher muss man da schon so ein bisschen aufpassen, wie man das interpretiert. Aber das Protokoll unterstützt es erst mal. So, dann haben wir hier diese Flow-Label. Das ist sozusagen so eine Superstruktur, die Sie haben. Also Sie können eben einen ganzen Paket Strom oder einen ganzen Paket Fluss eben markieren damit. Das ist manchmal ganz sinnvoll, um Komplexität zu sparen, also auch auf Routerebene. Dann haben Sie, wir haben immer noch keine festen Paketlängen. Das ist auch nicht sinnvoll, das zu tun. Deswegen haben wir natürlich ein Payload-Lengsfeld. Also der Header ist ja beschränkt. Der hat eine begrenzte Länge. Das ist auch zum Unterschied zu IPv4. Da hatten wir ja eine dynamische Header-Länge oder eine variable Header-Länge. Die haben wir hier nicht mehr. Also müssen wir hier nur noch die Payload-Länge reinschreiben. Dann können wir einen Pointer setzen auf den nächsten Header. Also wir können auf den nächsten Header zeigen. Das ist auch ganz clever. Und hier könnte man ja auch wieder so etwas wie Abhängigkeiten, wie zum Beispiel bei der Fragmentierung, implementieren, wenn man dann wollte. Oder wenn man es unbedingt braucht. Dann haben wir das Hop-Limit. Das ist jetzt ein bisschen besser als Time-to-Live. Time-to-Live war eine falsche Notation. Das ging nie um die Zeit. Das ging immer um den Hop-Count. Und hier machen wir es jetzt eben auch so. Hier steht jetzt das Hop-Limit drin. Und das wird runtergezählt von ihrem Router. Und der verwirft es dann. Also der Router, der ein Paket mit dem Hop-Limit Eintrag 0 empfängt, verwirft das Paket. Und gibt eben eine Nachricht raus oder eben auch nicht. Ja, und zu den Adressfeldern habe ich ja schon was gesagt. Also schön aufgeräumter Header. Gefällt mir gut. Also besseres Engineering. So ein paar Altlasten rausgeflogen. Und natürlich viel, viel Platz für Adressen. So, kurz zur IPv6-Adresse noch ein paar Bemerkungen. Wir geben die jetzt in Hex-Nummern an. Bitte nicht mit einer Ethernet-Adresse verwechseln. Die geben wir auch in Hex-Nummern an. Aber die IPv6-Adresse ist natürlich entsprechend länger als eine Ethernet-Adresse. Daran erkennen Sie das auch im Unterschied. Und ist natürlich jetzt ein bisschen schlechter lesbar. Aber ansonsten macht die genau dasselbe wie eine IPv4-Adresse. Mit dem Unterschied, dass wir jetzt hier drei Hierarchien haben. Also wir haben jetzt immer noch so eine globale Netzadresse. Die heißt jetzt hier Global Routing Präfix. Dann haben wir eine Subnet-ID. Und Sie könnten sagen, wenn Sie das jetzt auf IPv4 rückmappen wollten, könnten Sie sagen, dass N plus M-Bits jetzt das sind, was bei IPv4 das Subnetz war. Ja? Also der Präfix. Ja? Also dieser Teil, den ich jetzt hier so versuche zum Randen. Das ist so das Äquivalent des Subnetzes. Und man hat hier eben nochmal eine Hierarchie eingeführt, um so zwischen lokaleren Netzen, also diesen Subnetzen, und zwischen globalen Netzen zu unterscheiden. Naja, und dann haben wir hier die Interface-ID. Und das ist was eben bei IPv4 der Host-Teil war. Ja? Also Sie sehen eigentlich exakt dasselbe Konzept. Nur nochmal mit einer Hierarchie eben da zusätzlich eingezogen. Und natürlich mit mehr Bits, ja? So, wir haben jetzt hier noch ein bisschen geschicktere Darstellung des Broadcasts. Also wir hatten ja auch bei IP-Adressen schon Broadcast-Adressen. Das waren ja diese speziellen Adressen mit der 255 bei IPv4. Und Broadcast ist ja eigentlich ein Spezialfall eines Multicasts. Also ein Multicast heißt, von einem an K Hosts schicke ich ein Paket. Wenn K jetzt natürlich alle anderen Hosts sind, außer ich selbst, habe ich den Broadcast. Und das haben wir jetzt hier ein bisschen aufgeräumter. Also wir haben jetzt wirklich einen echten Multicast hier implementiert, sodass wir eben an Untergruppen auch schicken können und nicht eben nur an alle. Ja, Internet-Interface-ID habe ich ja schon erklärt. Also das ist wirklich, was die Host-ID bei IPv4 macht. Wird gerne mal zufällig gewählt. Inzwischen aber auch über DHCP zugeteilt. Also da gibt es dann bestimmte Verfahren, die diesen Host-Teil wählen. Das hat man sich jetzt überlegt, wenn ich natürlich hier so einen großen Host-Teil habe. Dann kann ich es mir natürlich auch erlauben, die Adressen einfach zufällig zuzuteilen. Dann brauche ich ja jetzt nicht unbedingt ein exaktes Zuteilungsverfahren. So, hier habe ich mal so einen Traceroute aufgezeigt mit IPv4. Ja, ich würde das jetzt nicht in Echtzeit machen. Dafür fehlt uns ein bisschen die Zeit heute. Das können Sie ja alle mal selber machen. Also mit Tracepath oder Traceroute. Und dann können Sie das mit IPv6 mal machen. Ja, also hier haben Sie Traceroute 6. Und dann sehen Sie natürlich auch andere Adressen. Also hier sieht man mal so ein bisschen diese Adressstruktur, die da so rauskommt. Also das sind einfach für Sie mal als Inspiration gedacht, dass Sie das mal üben können. Gut, wie sieht das dann in der echten Welt aus, also in der IP-Welt? Naja, da haben wir diese großen Organisationen tatsächlich, die diese sogenannten autonomen Systeme betreiben. Also das sind so die Carrier oder die Backbone-Betreiber. Und dazwischen, wenn Sie zwischen autonomen Systemen routen, dann haben Sie das sogenannte Inter- oder Intradomain-Routing. Ja, also Inter-Domain dann eben das Routing zwischen diesen autonomen Systemen. Und Inter-Domain-Routing ist immer schwierig. Also das zwischen großen Carriern zu routen, also zum Beispiel die Telekom ist ein großer Carrier. Und das dann, ich sag mal, zu anderen Carriern zu routen, das ist immer hochgradig politisch und wirtschaftlich schwierig, weil natürlich diese Carrier dann sozusagen die Hosts, die sie haben, die bei ihnen sind, so als kritische Masse begreifen und dann auch gerne vielleicht Geld oder bestimmte Übereinkünfte haben würden, um das Peering gut zu machen. Dieses Peering, also zwischen großen autonomen Systemen, passiert zum Beispiel am D6 in Frankfurt. Also das ist so die, auf der Ebene der autonomen Systeme. Und ja, das ist nicht jetzt ein großes technisches Problem, das ist tatsächlich auch ein ökonomisches und, also da spielen ökonomische und politische Interessen teilweise eine Rolle. Natürlich muss das auch schnell passieren, also zwischen Carriern müssen Sie halt extrem schnell routen. Aber da Sie jetzt nicht zwischen einer riesigen Anzahl von Carriern routen, sind, ich sag mal, die Routing-Tabellen noch relativ freundlich. Also das ist jetzt nicht so, dass Sie da irgendwie eine riesige Routing-Tabelle hätten. Sie müssen aber zwischen bestimmten wenigen Einträgen dann halt extrem schnell routen. Also da reden wir über Terabits oder so, die wir da halt von der Bandbreite her schaffen müssen. Ja, das ist hier mal so eine Beispielstruktur, die wir dann wirklich am D6 auch sehen würden, also beim Routing jetzt auf Carrier-Ebene. Also wir hätten jetzt hier so große Netze von großen Firmen, da hätten wir so ein Peering-Point. Wie gesagt, der D6 ist einer dieser Peering-Points zum Beispiel, ich glaube auch der größte in Europa. Und dann haben Sie hier, sehen Sie hier diese Struktur. Sie haben hier so einen Internet-Service-Provider zum Beispiel, wie die Telekom. Oder hier einen nächsten, wie zum Beispiel Vodafone. Ja, und dann haben Sie hier so Backbone-Service-Provider. Und dann haben Sie hier große Firmen, die dann eben darüber angeschlossen sind. Oder auch kleine Firmen, die darüber angeschlossen sind. Ja, genauso wie wir es uns eigentlich schon denken konnten, anhand, aufgrund dieser viel zitierten Adressknappheit und aufgrund dieser wachsenden Präfixlänge, haben wir natürlich auch, ist natürlich auch die Anzahl der autonomen Systeme im Netz entsprechend gestiegen. Also das sieht man hier. Ja, und das hängt natürlich mit dieser wachsenden Präfixlänge zusammen. Also je mehr Netze ich unterstütze, umso mehr autonome Systeme habe ich natürlich im Internet. Und Sie sehen, das ist natürlich massiv gestiegen jetzt über die letzten zehn Jahre, kann man so grob sagen. Und das ist natürlich auch ein Problem. Also das hat natürlich auch was mit der Adressknappheit zu tun. Da komme ich auch nachher nochmal drauf zurück. Also halten Sie den Graph mal einfach im Hinterkopf. Ich hatte ja über Interdomain Routing gesprochen. Das ist dieses komplizierte Routing an den Peering Points, also zwischen autonomen Systemen, also auf Carrier-Ebene. Und ein Protokoll, was Sie da verwenden, ist das sogenannte USPF-Protokoll. Open Shortest Path First. Sagt im Prinzip schon, wie es läuft. Ja, und ja, es gibt eine Menge von möglichen Routing-Distanzen. Also man kann jetzt die Algorithmen da beliebig wählen in diesem Protokoll. Man kann verschiedene Arten von Routing-Metriken wählen. Sie erinnern sich vielleicht, ich habe mich zum Anfang so ein bisschen rausgeredet, weil ich Ihnen nicht gesagt habe, wie die Zahlen in dem Graphen, also die unserer Kantengewichte da zustande kommen. Das ist die Routing-Metrik, die wird, ja, ich sage mal, von den Carriern gewählt. Also da stecken verschiedene Modellierungsverfahren dahinter. Das ist nicht immer Durchsatz, das ist auch nicht immer nur Latenz. Beides spielt natürlich eine Rolle. Aber da stecken natürlich auch wirtschaftliche Betrachtungen da drin. Also auch tatsächlich Kosten, die das Routing dann bedeuten würde. Das kann schon sein, dass Ihr Operator einen langsameren Weg nimmt oder Ihr Carrier einen langsameren Weg nimmt, weil er für diesen Carrier billiger ist. Und das steht dann in der Routing-Distanz entsprechend drin. Und Dijkstra ist das ja wie gesagt egal, oder Ihrem Routing-Algorithmus, wie diese Kantengewichte zustande gekommen sind. Ja, genau, Routing kann man auf Verkehrstyp entsprechend Sonderregeln einführen. Das hatte ich bei Voice over IP ja schon mal gewähnt, das ist auch sinnvoll, das so zu tun. Lastbalancierung, man kann natürlich auf den zweitbesten und drittbesten Pfad zurück, wenn der Router überlastet ist. Das ist dann im Prinzip ja auch in der Antwortzeit direkt gegeben. Da kann man so einen Backpressure implementieren, dass sozusagen der Router sagt, ich bin gerade beschäftigt, nimm mal bitte den zweitbesten Router. Ja, und dann kann man natürlich auch Hierarchien da einführen. Aber im Wesentlichen basiert es auf den Mechanismen, die Sie schon kennengelernt haben. Also, ja, kürzester Pfad wird über einen Graphen berechnet. Ja, und hier machen wir es über LinkState und die dann über Flooding dann verteilt wird bei den entsprechenden Routern. Ja, wir haben dann noch so ein Inter-Domain-Routing. Also, das war das Intradomain-Routing. Ja, dann haben wir noch das Routing, also zwischen großen Peers. Ja, dann haben wir noch das Inter-Domain-Routing. Und ja, das ist sozusagen zwischen Domains geroutet und das macht das sogenannte Border-Gateway-Protokoll. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Das ist kompliziert, weil Sie viele Sonderregeln einführen müssen, wie zum Beispiel die Sonderregel, die Kanada. Entweder, ich weiß nicht, ob Kanada die noch hat, also zumindest mal hatte, ja, also Verkehr, der von Kanada ausgeht und nach Kanada geht, muss auch über Kanada geroutet werden. Und das ist, wenn Sie jetzt die kanadische Grenze kennen, vielleicht nicht immer die sinnvollste Route, also die technisch schnellste Route. Aber die haben eben diese Regel, dann muss die halt implementiert werden, mehr oder weniger manuell. Und BGP sieht eben nur autonome Systeme an. Also das ist dann wirklich die oberste Abstraktionsebene und ja, dass nur die zwischenautonomen Systeme routet. Ja, und das funktioniert als Distance-Vector-Protokoll. Also da haben wir wieder diese andere Struktur und da können wir uns das ja auch erlauben, sage ich mal, viel Informationen über die Nachbarschaft zu übertragen. Also das wäre jetzt hier der Dijkstra. Und da machen wir das Routing eben nur zwischen den benachbarten autonomen Systemen. So, hier ist das nochmal erklärt. So ein BGP, also wie gesagt, wir haben hier unsere autonomen Systeme und da haben wir das Routing dazwischen. Und da wird auch wieder ein Präfix-Routing gemacht. Also das würde ich jetzt im Detail nicht machen wollen. Da können Sie mal drüber schauen, über die Beispiele. Da wird jetzt genau erklärt, also wie im Prinzip das Präfix passiert und wer da was an wen annonziert. Aber das ist im Wesentlichen, was ich schon beim Dijkstra erklärt habe. Also man exploriert die Nachbarschaft und teilt dann dem Gesamtnetz mit, wie die Nachbarschaft aussieht. Genau, jetzt haben wir hier so ein paar Attribute. Das würde ich jetzt hier mal an der Stelle überspringen. So, Policies, das war eben, wie gesagt, was ich vorhin kurz erwähnt habe. Was sind denn so die Probleme bei Internet-Routing, also die auch noch nicht gelöst sind? Hier genannt some growing pains of Internet-Routing. Wir führen jetzt hier Multi-Homing ein, also ziehen jetzt hier die rote Linie noch zusätzlich rein und dann sehen Sie, habe ich hier natürlich noch eine Erhöhung der Forwarding-Tabelle. Also ich muss natürlich für Router 1 hier noch diese Zeile einführen. Also Multi-Homing sorgt dafür, dass die Forwarding-Tabellen größer werden. Nächstes Problem ist, ja, umziehen von Netzen. Also wenn jemand seinen Provider wechselt, führt das auch zur Vergrößerung der Forwarding-Tabelle. Sie haben das hier gesehen, ja, also ich habe jetzt dieses Netz, das war vorher hier beim Provider Y, jetzt ziehe ich das um zum Provider X und ich muss die Forwarding-Tabelle jetzt natürlich, das jetzt hier gesondert in die Forwarding-Tabelle einschreiben. Nun sowas ist immer blöd. Das ist Legacy und Legacy kostet halt hier wirklich Suchaufwand. Also das ist dann wieder Routing-Geschwindigkeit, also Lookup-Zeit, die hier drauf geht, einfach aufgrund von dieser Legacy, also aufgrund von diesem Umziehen. Ja, dann haben wir nicht-hierarchische Adressvergabe. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns nicht rein an die IP-Hierarchie halten und zum Beispiel so einfache kleinere Adressblöcke vergeben, ja, also Provider Y möchte jetzt kleinere Adressblöcke vergeben, dann muss er dafür natürlich auch wieder Sonderregeln in der Forwarding-Tabelle einführen. Und auch das führt wieder zu längeren Forwarding-Tabellen bei BGP. Zusammenfassung von der Schicht 3, also von der Netzwerkschicht und insbesondere von IP. Routing in großen Netzen braucht nicht nur sinnvolle Routing-Algorithmen, also die auf generischen Graphen funktionieren. Das reicht natürlich nicht, sondern wir brauchen auch eine ordentliche hierarchische Netzstruktur, die wir in der IP-Adressierung ja wiederfinden, diese Struktur. Und flache Adressen sind eben nicht geeignet, also wir brauchen natürlich diesen hierarchischen Adressraum, weil flache Adressen für so ein großes Netz wie das Internet natürlich nicht skalieren würden. Es gibt einen relativ komplexen Raum, den wir hier nur angeschnitten haben, bei der Definition von Routing-Metriken, also das waren die Zahlen, die Kantengewichte in unserem Graphen, in denen ja auch die, die ja auch von den Zielen, die zum Beispiel die Carrier haben, also entweder Geld sparen zum Beispiel, oder sehr schnell zu routen, abhängen. Insbesondere bei Interdomain-Routing wird das kompliziert, wenn wir dann auch noch rechtliche Einschränkungen einhalten müssen. Ich hatte ja da auch ein Beispiel genannt. Und dann ist Optimalität dann oft nur noch ein Aspekt unter vielen. Also dann sind wir eben, haben wir dann zwar mal eine Lösung mit einem Dijkstra oder mit einem Bellman-Ford, die optimal ist, diese Lösung wird dann aber eben verwässert, aufgrund von anderen Einschränkungen. Ja, also da muss man, das führt dann eben in der Praxis dann eben am Ende zu einer suboptimalen Lösung. Ja, das ist noch eine lustige Folie, die ich am Ende gerne mal zeigen würde. Das ist mal so ein Garten des Internets. Also was Sie hier sehen, ist für IPv4, welche Adressen vergeben sind. Das sind die Weißen. Und so mal grob, wer die hat. Und Grün war noch frei. Also die Folie ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und Sie sehen, was da halt passiert ist, historisch. Also man hatte eben die Firmen, die damals am Internet mitgebaut haben oder eben in den USA saßen, wo das Internet erfunden wurde, die haben dann ja mal eben ganze Class-A-Netze gekriegt. Also wie hier zum Beispiel HP oder das MIT, ja, große Uni. Und ja, Europa hat dann eben mal hier so das gekriegt, was noch übrig blieb. Das sehen Sie hier. Ja, oder hier. Und das ist so ein bisschen das Problem. Also das ist jetzt nicht nur so, dass 32 Bits nicht reichen würden für die vielen Hosts, die wir haben. Der Grund ist, dass man einfach initial sehr verschwenderisch damit umgegangen ist. Weil man nie gedacht hätte, dass das Internet eben so groß wird. Und dann hat man eben hier ganze Class-A-Netze komplett, also ganze 8 Bits sozusagen, komplett der Adresse komplett vergeben. Damit sind wir mit Schicht 3 fertig und machen beim nächsten Mal mit Schicht 4, mit der Transportschicht weiter. Das wären dann zum Beispiel so Protokolle wie TCP und UDP.